Und dann die Seite, und Gewichtswechsel. Schön. Liebe Zuschauer, Flamenco habe ich schon mal getanzt, Tango noch nie. Ich bin heute beim ersten Queer-Tango-Walk am Marienplatz. Und ich frage die Leute, was sie denn davon so halten. Wunderbar, ich bin selber schwul. Finde ich ganz toll. Also meine engste Freundin aus Berlin ist da mittendrin. Mir ist es total wichtig, dass man diese Angst vor Homosexuellen und so weiter, dass man das verliert. Weil es mir wichtig ist, dass wir als LGBTI-Community zu unseren Rechten stehen. Es kommt wirklich alles und jeder zusammen. Und es verbindet einfach dann auch. Das zeigt die Offenheit für München. Tango bedeutet Leidenschaft, Rhythmik und Körperkontakt. Beim Queer-Tango tanzen Männer mit Männern, Frauen mit Frauen oder gemischt miteinander. Wenn ich einen Schritt in diese Richtung mache, dann musst du mit deiner Achse zurückweichen. Und wenn ich dich als Leader zu mir ziehe, dann musst du genau einen Schritt zurück nach vorne machen. Also man muss eigentlich keine Choreografie können? Grundsätzlich nicht. Ich kann es eigentlich in einem Tag lernen, oder? Einigermaßen. Ich wünsche es dir. Für die wichtigsten Grundelemente im Tango, Gehen, Stops und Drehungen muss ich also noch etwas üben. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier beim Queer-Tango-Walk haben über 50 Tango-Begeisterte mitgemacht. Und ich muss sagen, ich wurde ein bisschen angesteckt. Und ich werde jetzt auch noch weiter tanzen. Und ich werde jetzt auch noch etwas üben.